Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit Minecrafts. Wir haben in der letzten Folge diesen Tunnel hier nach unten gegraben, um Ressourcen zu finden. Jetzt ist aber erstmal Futter angesagt und dafür muss dieses... Das ging schnell. Dieses Skelett verschwinden, denn wir müssen erstmal Tiere schlachten oder Essen finden, aber wir brauchen auf jeden Fall nicht in Höhlen. Das ist der schlimmste Ort, um sowas zu machen. So. Denn wie gesagt... Oh, Kaninchenfleisch. Alter, Kaninchen, ruhig. Wie viel Fleisch hat es gegeben? Zwei 10 Euro. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho wegen zu viel gebraucht. Kann ich die abschlagen? Angst. Guck mal. Avocado. Lega, leega, schwecker. Dann tun wir die auch noch runter, oder? Was sind das? Das sind Walnüsse. Haben wir doch jetzt einen kleinen Essens... Was ist jetzt? Hä? Was ist jetzt passiert? Wie bin ich denn jetzt in den Himmel gekommen? Hä? Was zur Hölle? Okay, wir legen kurz mal 1, 2 Sachen ab. Und gehen dann schon in die Höhle. Ja, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Ihr auch. Das Kaninchen füll auch. Das nehmen wir alles mal auf gut Glück mit. Vielleicht brauchen wir halt Notrationen, ne? Sicherheitsmäßig, Bruchstein kommt weg, ein ganzes Packerl. Du auch, du auch, du auch, du auch. So. Vorräte sind angelegt. Da waren dringend Golderzeile. Da dringend war irgendwo eine Höhle. Der Baum war ja auch witzig zum Fall, ne. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Dann fliegen wir jetzt mal nach da unten in die Höhle. Und schauen wir mal, was denn da arbeitet. Was ist das denn? Uranium. Hö. Gleich mal das giftigste Zeug gefunden, ne? Oh, nee, 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 nee. Nicht jetzt, Junge. Schlechter Zeitpunkt. Komm später wieder. Die Leitungen sind besetzt. Wie oft noch? Leitung besetzt. Kommen sie später wieder. Ich hasse es. Deswegen buddel ich mir immer selber die Höhle. Moinsen, sind sie schon wieder so ein komischer Vertreter? Ich hab ihren Kollegen schon gesagt, wir kaufen nichts, wir wollen nichts. Ihre Vertreter können alle nach Hause gehen hier. Hier gibt es nichts zu sehen. Weiter am Bach. So. Wollen wir hier oben schon ausleuchten? Hier ist Redstone. Und hier sind Smaragde. Was? Und da sind wieder Diamanten. Hä? Was war das für ein Geräusch? Also das... Was geht hier ab? Ich esse jetzt mal ein paar Warnöse. Ein paar frische Warnöse. Und ein paar Avocados noch. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Redstone mit. Weil gut und gesund und wichtig für unsere Operation, ne? Wo ist dieses Dreckskelett hin? Aua! Alter, ist denn das so ein Trickshot? Aua! Oh, eine Zwei! Zwei ist unfair! Ganz ruhig. Einfach... Alter, du bist ein Sniper. Weißt du das? Spinnen sind okay. Spinnen sind easy. Komm her. Leg dich nicht mehr an, komm. Komm, brauchst du hier nicht. Ha? 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 Was willst du? Was willst du? Was willst du? Und ich hab so zu wenig zu essen. Alter, das ist gar nicht gut. Mit Essen bin ich echt grad noch bei der Kasse. Boah, ich verliere voll viel hier. Komm her. Junge. Oh, nicht schon wieder das Skelett. Oha. Oha. Jetzt hör mal auf damit. Das ist jetzt aber nicht nett. So. Mal Ruhe hier. Nicht gut. Nicht gut. Nope. Kein Bock. Nope. Das mit dem Essen macht mir halt jetzt echt Sorgen. Wir bauen hier mal schnell eine stationäre Basisstation oder sowas hier da. Einfach mal auf. Mal hier aufbauen. Eine stationäre Station. Ich muss mich vielleicht mal in... Wie heißt das Palmscraft? Wie heißt der Essence-Mod? Musst ich mich mal reinlesen, glaube ich. Das ist sowas wie hier nicht passiert. Also wir haben jetzt schon viel von der Höhle erobert. Das muss man ja schon wieder lassen. Falls sie wirklich gut ist, ist sie ja immer noch nicht geworden. Also rein theoretisch müsste da... Ein Lava-Vorkommen sein. Ich wollte es gerade sagen. Ein Lava-Vorkommen ist für die Zukunft eh gut. Wir brauchen... Ich hätte jetzt beinahe Rennen gedrückt, oder was das für eine Taste war. Holla-Di-Walfi. So, jetzt müssen wir mal hier gucken, was da noch weitergibt. Einfach mal durchgucken. Um die Eisenspitze zu kommen. Ich habe auch fast kein Leben mehr. Jetzt wäre es so Insta-Death oder sowas in der Art. Aieieiei. Und dahinter ist die andere Höhle, oder was? Sieht es auch schon, ja. Also zwei volle Rohstoffhöhlen haben wir hier. Also ein bisschen Eisen. Ja, das zog ich aber ab, holen wir nicht. Wenn ich die Lava anfange abzupumpen. Ich glaube, das ist schlauer. Jetzt haben wir hier frisches Kaninchen noch. Ein bisschen Fleisch. So, jetzt heile ich mich. Die Frage ist eher, wie lange ich mich heile. Das ist wohl eher die Frage. Aber Leute, ich muss leider jetzt aufhören. Ich habe diese Woche echt Stress. Und ich tue das jetzt gerade auf den letzten Drücker noch aufnehmen, damit ihr die Woche auch alle Folgen habt. Deswegen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.